Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der Elterngeneration, der Babyboomer auf dem Weekly Sun Life. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Raw Video bei SIDA für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ich bin Klaus von der Elterngeneration. Das ist hier ein Vlog und ich berichte also, wie ich als Babyboomer im Modern Life mich präsentiere, wie ich damit umgehe, was ich für Probleme habe und so weiter und so weiter. Also heute ist der 18.02.2019, die Sonne scheint, erstaunlicherweise im Februar. Es ist auch angenehm, das Wetter nicht mehr so kalt wie in den letzten Tagen. Und von daher war ich heute schon draußen. Ich habe schon einen kleinen Spaziergang gemacht, zum Discountdown zurück. Und dann habe ich heute auch schon Sport gemacht. Und ich habe also dem Ergometer ein paar Kilometer abgetrotzt. Also mit dem Ergometer bin ich also etwas gefahren. Dann habe ich etwas Handeltraining gemacht und ein paar Kniebogen. Nicht die Welt, aber man muss ja irgendwann mal anfangen. Und der Alleranfang ist schwer. Und da ich ja jetzt in der zweiten Diätwoche bin, möchte ich auch zu Beginn dieser zweiten Woche ja, die eigentlich hatte ich schon am Samstag begonnen, aber okay. Also zum Beginn der zweiten Woche auch den Bewegungsanteil daran erhöhen und den Kontinuierlich beibehalten, damit die Kilos hier purzeln. Ich habe jetzt 92 Kilo geblieben gehabt und ich möchte runter auf mindestens 82. Noch besser wäre natürlich 72, aber oder 75 wäre auch schon gut. Oder überhaupt in den 70er-Bereich, ob ich das in diesem Jahr noch schaffe, ist unklar. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie sich hier die fettfreie Ernährung, wie sich das auf das Gewicht auswirkt. Ich habe bisher immer so mit den Kalorien gerechnet und jetzt brauche ich mit den Kalorien nicht mehr zu rechnen, sondern ich kann essen, so viel ich will. Ich muss nur sehen, dass ich erstens keine Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index esse und dass ich kein Fett drin habe. Also der Fettanteil muss dann sehr gering sein und ja, was ich jetzt noch nicht verstehe, ist, dass die DGE empfiehlt zum Beispiel eine Fettaufnahme aus Kalorien von 30%. Und auf diese 30% komme ich nicht. Ich sage mal, wenn man jetzt Bohnen isst oder Reis oder so, da ist minimal an Fett drin. Natürlich, wenn man die Kalorien herausrechnet, sind da natürlich auch Fettkalorien drin, aber sie sind minimal im Vergleich zu meiner sonstigen Nahrung. Also Sport ist gemacht, Einkauf ist gemacht, Küche ist geputzt worden, Haushalt ist gemacht worden, jetzt steht noch an Mittagessen für heute und dann möchte ich auch noch das Abendessen, das müssen die vielleicht noch machen und dann muss ich jetzt die zwei, drei Videos habe ich jetzt gemacht. Moment, ich habe drei Videos hochgeladen, zwei Spiele und dann habe ich ein Einkaufsvideo gemacht, Nummer drei. Dann habe ich ein Sätzenvideo gemacht, vier. Und das hier Nummer fünf. Und dann habe ich mehrere Sportvideos gemacht, also Sportclips, die wir jetzt zusammenbinden zu einem gesamten Video. Das ist dann das Video sechs. Ja, dann könnte man vielleicht noch ein Essensvideo dazu machen oder ein Müsli-Video mal sehen. Okay, Leute, das war es von hier, ein kleiner Zwischenbericht aus dem Leben eines Babywummers im Jahr 2018, im Jahr 2019. Also ich bin immer noch gedanklich in 2018, Sie sehen das schon. Und ja, das war es. Tschüss.